Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Christian. Was für ein geiler Aktienmonat. Willkommen zum Gesamt-Aktien- und ETF-Depot-Update für den Monat Oktober 2021. Ich lege in diesem Format monatlich offen, wie ich selbst für mich langfristig stabil investiere und in was, warum, wann und wo ich finanziell engagiert bin. Wichtig alles Weitere ist keine Anlageberatung und keine Steuerberatung. Schau dir unbedingt trotzdem auch gerne an, wie andere investieren. Gib die Hauptverantwortung über deine eigenen Finanzen, deine Strategie, besonders die Planung deiner zukünftigen würdigen Altersrente aber niemals ab. Finanzen und Steuern sind Chefsache und nur du bist der Chef. Wenn du noch am Anfang stehst und unsicher sein solltest, wie du mit dem langfristigen Investieren starten solltest, baller einfach erstmal optimal laufend 80% deines Kapitals in den S&P 500 und halte 20% Cash-Rücklage. Die besten ETF-Produkte dazu verlinke ich dir unter dem Video. Der einzige Trick dabei, nicht in kommenden Krisen verkaufen, sondern dann besonders in der Krise aggressiv laufend weiter nachkaufen. Mit dieser simplen 100% S&P 500 Strategie bist du ein Killer-Investor. Es ist sehr, sehr schwer, dieses Vorgehen über die Karten zu schlagen. Okay, zum Überblick über den Oktober. Souverän investiert und nachgekauft wurden von mir im Oktober ETFs von Aktien aus der regulären Sparrate für glatt 2.000 Euro. Nach Auflösung eines Teils und einer Investitionsrücklage wurden weitere 11.000 Euro investiert. Was genau gekauft wurde, schauen wir uns gleich an. Der reine Kursgewinn im Oktober betrug 27.600 Euro. Der Dividendenzufluss lag im Oktober bei 92 Euro. Der Kursgewinn von ca. 27.600 Euro plus Kleinkram entspricht einer Monatsperformance von 4,81%. Ganz stark fast 5%. Das Depot steht am Ende des Monats bei 604.000 Euro. Meine Cash-Investitionsrücklage beträgt jetzt nur noch 70.000 Euro. Die Rücklage wird aber mittelfristig wieder auf 15% aufgebaut. 15% Rücklage exklusiv physischer Rohstoffe wie Gold und Silber. Die Investitionen im Einzelnen waren bei mir beginnend ab dem 6.10., das war Teil 1 der Herbstoffensive. 8.000 Euro wurden aus der Investitionsrücklage in den Vanguard FDSE All World High Dividend investiert. Die Gesamtdividendenrendite in meinem Depot möchte ich im nächsten Jahr auf ungefähr 1,6% bringen. Weiter ging es am 07.10. mit dem IHS-Core MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Hier flossen 500 Euro rein. Dann in den FDSE Develop Europe auch nochmal 500 Euro. Und je 250 Euro flossen in den S&P 500, in den FDSE Japan, nochmal in den FDSE All World High Dividend. Und in den Vanguard FDSE Develop Asia Pacific exklusiv Japan. Okay, Part 2. Der Herbstoffensive startete am 11.10. Hier wurden aus der Kriegskasse Investitionsrücklage 2.000 Euro entnommen. Und in den IHSHare Stock Global Select Dividend 100 investiert. Gut, am Ende des Monats, am 14.10. wurde nochmal verkauft ein Anleihen-ETF, der inflationsgeschützte Anleihen hält. Vielleicht erinnerst du dich, im letzten Monat September habe ich den ins Depot gelegt. Habe aber dann doch im Laufe der Zeit gemerkt, wir sind da doch zu viel Triple-B-Anleihen drin enthalten in dem ETF und habe den dann rausgeballert verkauft. Stattdessen wurde dann am 14.10. der Vanguard Develop Europe gekauft ins Depot. Die Dividenden im Oktober, insgesamt waren die Dividenden übersichtlich. Wir fliegen ganz kurz durch. Coca-Cola 5 Euro, Altria 10 Euro. Die ING hat ausgeschüttet 18 Euro. BlackRock iShares Global Select Dividend 157 Euro. Und eine kleine Position bei mir, Cisco, mit 1 Euro 65 Cent. Gut, in Summe, ehrbare 92 Euro 87 Cent. Kurzer Ausblick über Dividiary, über die Dividenden im November. Schauen wir uns kurz an. Bisher sind eingebucht AT&T, schüttet aus im November. CVS Health, Verizon, General Dynamics, Procter & Gamble und BAE Systems. Okay, für den Dezember, da fehlt noch einiges. Der Dezember wird aber auch wieder ein richtig guter Dividendenmonat mit bestimmt über 1.000 Euro. Weiter geht es in Portfolio Performance mit der Vermögensaufstellung. Wir schauen uns erstmal die Top ETFs an aus dem Oktober. Was lief da gut? Moment, 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 Moment. Ne, das ist ein bisschen zu weit. Diese Spalte ist für uns wichtig. Das ist die Performance seit dem 1.10.2021. Hier sehen wir schon, gut lief der Nasdaq 100. Der S&P 500 Information Technology lief auch gut. Generell, der S&P 500 lief gut, über 7%. Also die ganzen Tech-Werte waren sehr gut, sind gut gelaufen im Oktober. Nicht so top lief der MSC Lateinamerika. Der war ein Minus. Und die Emerging Markets und auch Japan war auch nicht so toll. Aber im Verhältnis auch noch okay. Bei den Aktien, was haben wir hier immer eine ganze Reihe, über 10% im Oktober. Die ING, Siemens, Helgineers, über 10%. Daimler, BlackRock, fast 15% BlackRock. Merck war auch gut. Novo Nordisk, Nvidia, fantastisch, 30%. Nell Asa war auch super. Was war bei den Aktien? Welche Aktien waren eher schwach im Oktober? Hier IBM, minus 10%. Leonardo, Maxa, Technologies war auch nicht so top. Okay, das macht sich ja immer wieder. Gucken wir jetzt mal den Rohstoffen vorbei und den Kryptowährungen. Bei den Rohstoffen sehen wir auch alles im Plus. Silber zieht wieder fröhlich an und will nach vorne. Bei den Kryptowährungen auch alles fantastisch. Hier der Dogecoin, über 20%. Selbst der Binance-Coin, über 30%. Und Ethereum und Bitcoin, auch über 30%. Gut, weiter geht's im Dashboard von Portfolio Performance. Hier wisst ihr schon, hier sind nur ein paar Daten, die mich interessieren. Das ist erstmal hier die Performance für den Oktober. 4,81%. Was interessiert mich noch? Die Gesamtsumme zum Ende des Monats. 604.000 Euro ungefähr. Und die Kurserfolge sind auch wichtig. 27.600. Die ganzen anderen realisierte Kurserfolge, Gebühren und Steuern, ist auch wichtig. Aber das besprechen wir lieber am Ende des Jahres. Also diese drei Werte. 4,81%. 4,81%. Die Gesamtsumme und die Kurserfolge sind für mich immer wichtig, wenn ich mir das Dashboard anschaue, monatsweise. Mein ETF und Aktienvermögensbestand habe ich ein bisschen umgebaut. Hier sehen wir es schon. Zukünftig beleuchte ich nur die ETFs aus meinem Portfolio von über 5.000 Euro oder die mir besonders wichtig sind. Alle anderen tragen natürlich auch zur Performance bei, werden aber sehr wahrscheinlich bei Neuinvestitionen keine große Rolle mehr spielen. Die für mich wichtigsten ETFs, die siehst du hier, die ich auch regelmäßig bespare und nachkaufe. Meine fünf Basis-ETFs sind der S&P 500, der Core MSCI Emerging Markets, Investable Market Index, der Develop Europe, der FDSE Japan, der FDSE Develop Asia Pacific. Exklusiv Japan und im Grunde noch der MSCI World Small Cap ETF. Das waren so die wichtigsten. Der Nasdaq 100, das ist eigentlich ein Satellit meiner Core Satellite Strategie. Schauen wir noch kurz bei den Aktien vorbei. Die fünf größten bei mir sind Amazon, BlackRock, SAP, Porsche und Lockheed Martin. Okay, zu der Anlagekategorie. Wir sehen hier meine prozentuale Aufteilung. Ich halte ungefähr 71% ETFs, 12% Aktien und Rohstoffe und Kryptowährungen in Summe ungefähr 5%. Die reine Cash-Investitionsrücklage beträgt bei mir nur 10% Aktuell. Die wird aber wieder mittelfristig aufgebaut auf 15%. Und zu den 15% kommen dann noch die Rohstoffe dazu. Und wenn ich dann ungefähr auf 20% komme, dann bin ich zufrieden. Die Rücklage wird dann im Crash antizyklisch in zwei Stufen umgeschichtet in Aktien und ETFs. Okay, zu meiner Regionalaufteilung im Portfolio. Mein Ziel ist es, mein investiertes Kapital langfristig an die Ertragskraft der Weltwirtschaft anzukoppeln. Dominanteste Region ist bei mir noch Nordamerika, gefolgt von den Emerging Markets und Europa und dem Rest der Welt. Und bei der Aufteilung orientiere ich mich langfristig am Gleichwertindex des Global Portfolio Ones von Andreas Beck. Und die Aufteilung, die Zielallokationen blende ich auch mal kurz ein. Die sieht ungefähr so aus. Zum Abschluss noch. Schauen wir uns noch kurz das Performance-Diagramm an. Seit 01.01. Ganz vorne in der Liste haben wir den S&P 500, gefolgt vom Nasdaq 100. Dann kommt schon mein Aktien- und ETF-Anteil. Das seht ihr hier an dem blauen Graph. Der ist ein Tick über dem MSCI World. Abgeschlagen ist leider der DAX. Okay, das war mein Depot-Update für den Monat Oktober. Herzlichen Dank dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Format gefallen hat, sei so lieb, lass gerne noch ein Like da. Abonniert gerne den Kanal. Schreibt mir Fragen, Anregungen, Vorschläge, Wünsche sehr gerne in die Kommentare. Dank dir nochmal. Bleib investiert. Bis nächste Woche. Ciao.